Hallo, willkommen hier in Berlin bei der Night of the Jumps, der Auftakt der Weltmeisterschaft. Und ich werde euch hier mal die Strecke vorstellen, es gibt ein paar Neuigkeiten. Wir haben hier zum einen die 10 Meter breite Landung, wo die Quote draufsteht und ich sicherlich den 540 machen werde. Zum anderen haben wir hier im Hintergrund noch eine Landung, davor steht eine Red Bull Kickerrampe, dort werde ich sicherlich mein C60 machen. Davor steht auch noch eine 8 Meter Radiusrampe auf 21 Metern. Zum anderen haben wir hier noch eine Landung, wo zum einen der Maxis heißt, er verbaut ist, wo ich sicherlich mitmachen werde. Und davor stehen auch noch eine 8 Meter Radiusrampe auf 21 Meter und eine 9 Meter Radiusrampe auf 24 Meter. Und ja, kommt einfach vorbei und guckt es euch an.